Herzlich willkommen zum Masterstudiengang Taxation. Wir freuen uns, dass Sie sich für das Thema Steuern und unseren Studiengang interessieren. In den folgenden Minuten möchten wir einen kurzen Überblick darüber geben, was Sie in unserem Studiengang Taxation erwartet. Der Masterstudiengang Taxation ist multidisziplinär und verbindet das Thema Steuern aus betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher und rechtlicher Sicht. Ergänzt durch Kurse renommierter Praxispartner bieten wir eine exzellente Ausbildung im Bereich Steuern. Je nach Berufswunsch und Ihren Interessen können Sie sich im Studium individuell vertiefen. Auch ein Auslandssemester an einer unserer über 90 Partneruniversitäten können Sie wunderbar in das Masterstudium integrieren. Durch die fachübergreifende Ausbildung haben Sie mit erfolgreichem Abschluss des Studiums nach vier Semestern erfolgreiche Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen rund um das Thema Steuern. Im Studium sind insgesamt 120 ECTS-Punkte abzuleisten. Diese sind aufgeteilt auf Pflicht, Wahlpflicht und Wahlmodule sowie die Masterarbeit. Die vier Pflichtmodule vermitteln die fachgebiets übergreifenden Grundlagen. Unabhängig von der angestrebten Vertiefung legen Sie die Basis für eine fundierte steuerliche Ausbildung. Im Wahlpflichtbereich müssen 20 ECTS erbracht werden. Hier gibt es ein umfassendes Angebot an steuerlichen Vertiefungskursen. Der Pflicht- und Wahlpflichtbereich legt dabei außerdem die Grundlagen für alle drei Prüfungsmodule des Steuerberaterexamens. Durch Einbindung renommierter Praxispartner in unser Lehrangebot schaffen wir so auch eine ideale Verbindung zwischen Theorie und Praxis. 45 ECTS sind für bis zu zwei Miner und den freien Wahlbereich vorgesehen. Dabei kann zwischen vier verschiedenen Miner gewählt und Wissen gezielt vertieft werden. Die einzelnen Miner stellen wir gleich noch genauer vor. Für den freien Wahlbereich stehen Module aus dem gesamten Masterangebot der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zur Verfügung. So können Sie den Wahlbereich dazu verwenden, um sich in einem ganz anderen Fach der BWL, der VWL, in einer Wirtschaftssprache oder in einem Rechtsfach zu vertiefen oder aber auch um sich allgemeinen wissenschaftlichen Fragestellungen zu widmen. Des Weiteren ist ein Modul im Rahmen des Lehrangebots von Studium Pro, dem interdisziplinär angelegten Programm zum profilorientierten Studium in der KU zu belegen. Den Abschluss des Studiums bietet die Masterarbeit, die 30 ECTS-Punkte umfasst. Sie können bis zu zwei Miner wählen und ihr Wissen so gezielt vertiefen. Zur Auswahl stehen die Miner Accounting & Auditing, Business Law, Digitization & Digital Businesses und Quantitative Methods. Accounting & Auditing beschäftigt sich intensiv mit der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung. Studierende qualifizieren sich durch die Wahl dieses Miners insbesondere für eine spätere Tätigkeit in der Steuerberatung sowie eine Tätigkeit an der Schnittstelle von Steuern und Rechnungslegung. Im Miner Business Law beschäftigen sich die Studierenden eingehend mit verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Dieser Miner bereitet auf eine Tätigkeit in der Steuerabteilung von Unternehmen oder auf steuernahe Tätigkeiten in Ministerien, Verbänden und internationalen Organisationen vor. Der Miner Digitization & Digital Businesses vertieft die Themen Digitalisierung und Datenverarbeitung in Bezug auf Unternehmen. Durch die Wahl dieses Miners qualifizieren sich Studierende besonders für die Tätigkeit in der Beratung und Industrie im Kontext der Digitalisierung und Automatisierung des Besteuerungsprozesses. Außerdem werden sie gut auf steuernahe Tätigkeiten in Ministerien, Verbänden und internationalen Organisationen vorbereitet, die sich ebenfalls verstärkt mit dem wachsenden Einfluss der Digitalisierung auf die Besteuerung beschäftigen. Der Miner Quantitative Methods vermittelt schließlich die methodischen Grundlagen, die für eine eigenständige Forschungstätigkeit notwendig sind und bereitet so beispielsweise auf eine im Anschluss an das Masterstudium angestrebte Promotion vor. Zusammenfassend bereitet sie der Master je nach individueller Schwerpunktwahl auf Tätigkeiten in der Steuerberatung, in der öffentlichen Verwaltung, in Steuerabteilungen von Unternehmen oder auf eine Promotion im Bereich Steuern vor. Ein Studienstart ist sowohl zum Sommer als auch zum Wintersemester möglich. Um sich bewerben zu können, sollten Interessierte einen ersten Studienabschluss in einem betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, juristischen, staatswissenschaftlichen oder vergleichbaren Studiengang vorweisen können. Damit sie ihr Studium bei uns beginnen können, müssen sie außerdem das Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen. Hier sind nicht nur die eingereichten Bewerbungsunterlagen entscheidend. Bei einem persönlichen Gespräch an der WFI können sie nicht nur unseren Campus und uns besser kennenlernen, auch wir möchten sie im Rahmen eines Gesprächs näher kennenlernen, das in ihre Gesamtbewertung ebenfalls mit einfließt. Weitere Informationen zum Studiengang, zur Bewerbung und Einschreibung finden Sie auf unserer Webseite ku.de slash taxation.